Penny! Was machst du denn hier? Die... Die Vroni ist krank. Und keiner will sich heute mehr um sie kümmern. Und morgen kann es schon zu spät sein. Also. Das ist ja unglaublich verantwortungslos von diesem Hansi. Die Vroni hat sich sicher bei einem der Tiere am Randhauf angesteckt. Wenn du willst, kümmere ich mich drum, ja? Ich habe die besten Ärzte. Benni. Sag mal. Könntest du dir vorstellen, hier bei mir zu leben? Ich... ich weiß nichts. Warum sind sie eigentlich so nett zu mir? Weil ich dich mag. Weil ich möchte, dass du glücklich bist. Aber ich bin doch glücklich. Es gibt gerade ein paar Leute, die es gut mit mir meinen. Du meinst hoffentlich nicht den Hansi. Benni. Der Hansi, der will nur an dein Erbe. Weißt du, ich wollte dir das eigentlich nicht sagen, aber... Die haben dich nur zu sich geholt, weil sie den Hof kriegen wollen. Glaub mir, ich kenne die Sandgrubers. Die wissen immer noch nicht, wie sie ihre Schulden bezahlen sollen. Nein. Nein, das kann nicht stimmen. Ach, Benni. Benni, bitte bleib da. Ich... 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 Untertitelung des ZDF, 2020